JOSEPH So, Josep, jetzt wirst du gleich keine Energie mehr haben, glaub mir. Der erste Berg kommt schon. Schauen wir mal, ob du so Power hast, mein Freund. Was ist jetzt los? Rund, da muss ich gehen. So, das erste Versagen. Da kommt er schon, da kommt er schon, der Herr Banic. Josep, was ist los? Warum? Keine Power mehr, oder? Ja. Da kommt ein Auto. Ja. Scheiß. Fick dich. Scheiß Münchner. Scheiß Münchner. Fahr, Josep, fahr. Ich komm gleich hinterher. Ja, ja. Jetzt hab ich ihm extra schon Vorsprung gegeben. 2 Minuten. Und dreht ein bisschen. Und dann... Hey, Josep, was ist los? Warum schmilzt du so, ja? Ja. Ich hoffe, du hast genug Wasser dabei. Ja. Das wirst du brauchen, mein Bruder. Auf geht's, Josep, auf geht's. Respekt, ja. Wirklich, schön. Du bist nicht einmal abgestiegen, oder? Langsam, aber sicher. Langsam, aber sicher, mein Bruder. Fleißig, fleißig. Da radelt er dahinter, Josep. Also, Josep, jetzt bin ich langsam enttäuscht von dir, ja? Das ist schon der vierte Berg. Das gibt's doch nicht. Das auch, weil du hast auch gewonnen. Kurze Beine wie ich, das ist das Problem. Aber fleißig, fleißig dritter. Der Buh. So, jetzt sind wir schon beim sechsten Hügel. Oder Berg, wie man das nennt jetzt hier. Ich sag mal Berg. Berg in Bayern. Josep tretet und tretet und tretet. Aber ihr gebt nicht auf. Respekt. Respekt, Josep ist fleißig. Hau ab jetzt, Jörg. Das ist das meine Geschwindigkeit. Ja, macht's nicht. Macht Spass. Ja, genau. Mach alles fertig. Kaput. Wie du immer wachst. Ja, genau. Mach alles fertig. Kaput. Aber Respekt. Wirklich. Das ist ja echt ein steiler Berg, wo es da rauf geht Richtung Spitzingsee. Wahnsinn, hast du den höchsten Gang drin, oder? Ja. Keine Zeit zum reden. Bruder, willst du ein bisschen quatschen mit mir? Josep. Ja. Willst du ein bisschen mit mir quatschen? Quatschen? Ja. Hast du Zeit dafür? Ich hab Zeit. So, Josep. Alles okay bei dir? Ich hab dich gleich eingeholt. Mit meinem normalen Fahrrad und nicht mit E-Bike wie du. Ja. So. Das ist halt, weil du keinen Sport machst, mein Freund. Ja. Machst du zu wenig Sport. Deswegen bist du nicht so fit wie ich. Bin ich nicht so fit wie du, oder? Idemo, Idemo. Da machen wir Pause für dich, okay? Noch nicht? Oh, hier war ich noch nie. Hier war ich wirklich noch nie. Schön. So, und jetzt sind wir gleich in Spitzingsee oben. Wie lange dauert es nicht mehr? Ja. Ja, schau. Der Spitzing. Da ist er. Gleich haben wir diesen Berg erzwungen. Und da kommt schon der Josep. Nicht einmal ist er abgestiegen. Nicht einmal. Respekt. Ohne Pause. Schön. Weiter so, mein Bruder. Ja. 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 Dann war ich fast. Ja. Vielen Dank. Du Das ist der Spitze XI. Da ist er ja, mein Bruder Josip. Was für ein Ausblick, Josip. Was für ein Ausblick, Josip. Was für ein Ausblick, Josip. Wie meinst du das? Warte, ich schau gleich. Hier gibt es verschiedene Strecken. Servus. Warte, ich schau gleich. Nein, das müssen wir nicht. Dann kann man rundherum fahren. Warte, ich schau gleich. 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 Wir müssen jetzt zwei Minuten hin. Ja, wo bleibt er denn, der Josip? Warte, ich schau gleich. Warte, ich schau gleich. Da hat er den richtigen Mann gefragt. Warte, ich schau gleich. Warte, ich schau gleich. Warte, ich schau gleich. Warte, ich schau gleich. Drei, ich schau gleich. Untertitelung des ZDF, 2020